MP4 12c. Hinter diesem Buchstaben- und Ziffernmix verbirgt sich wohl einer der derzeit exklusivsten Sportwagen. Ein 600 PS starker Supersportler aus dem Hause McLaren. Rund 200.000 Euro kostet das von Hand gefertigte Auto. Und wenn eines der erfolgreichsten Formel-1-Teams sein Know-how in einen straßenzugelassenen Wagen steckt, können die Kunden schon etwas Besonderes erwarten. Fast drei Jahre haben die Ingenieure gebraucht, um einen Supersportwagen auf die Räder zu stellen, der auch den Ansprüchen eines Formel-1-Piloten gerecht wird. Die Fahrleistungen sind über jeden Zweifel erhaben. Tempo 300 ist für den MP4 12c nicht mehr als eine Fingerübung. In diesem Auto ist die Formel-1 wirklich allgegenwärtig. Nicht nur die Technik als solche, es ist auch das Design, die DNS bis ins kleinste Detail, zum Beispiel das Lenkrad. Die Griffmulde ist 1 zu 1 der Mulde an Lewis Hamiltons Formel-1-Lenkrad nachempfunden. Der Kunde hält beim Fahren also ein echtes Stück Formel-1 in seiner Hand. 35 Händler sollen weltweit die McLaren-Sportwagen verkaufen. Ihre Showrooms haben aber auch etwas zu bieten, das kein anderer Hersteller in seinen Autohäusern hat. Ein einzigartiges Stück Motorsportgeschichte. Jeder McLaren-Händler wird in seiner Ausstellung einen Original-Rennwagen präsentieren können, der in mindestens einem Rennen die Zielflagge als Sieger gesehen hat. Doch wer sich für ein solch exklusives Auto interessiert, für den soll bereits der Kauf ein Erlebnis sein. Damit McLaren seinen eigenen hohen Ansprüchen genügen kann, entstehen auch in Deutschland einige Showrooms, die den Kunden bereits beim ersten Kontakt begeistern werden. Im deutschen Flagship-Store in Düsseldorf steht der Wagen mit dem Allen Prost 1989 den Fahrer- und Konstrukteurstitel holte. Es gibt nicht viele Marken auf der Welt, die diese Geschichte bieten können. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier ein Formel-1-Team, was seit 30 Jahren an der Spitze fährt und auf der anderen Seite haben wir eine Sportwagenmarke. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Kunden den Formel-1 sehen, sie einfach die Verbindung dadurch transportiert bekommen. In Frankfurt, München und Hamburg ist McLaren ebenfalls mit Showrooms präsent. In Norddeutschland stellen die Briten einen Formel-1-Boliden aus, der mit einem der berühmtesten Rennfahrer aller Zeiten verbunden ist. Aiton Senna holte mit diesem Auto 1991 für McLaren nicht nur den vierten Konstrukteurstitel in Folge, der Brasilianer erkämpfte sich mit genau diesem Rennwagen auch seinen dritten und letzten Weltmeistertitel. Nachdem Kronischen im Auftrag des WDR Gleichzeitig mit dem Video Nachdem Kronischen im Auftrag des WDR